Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute das Live-Commentary, was ich im letzten Video angekündigt habe. Wir werden ein paar Runden MWR suchen, weil ich gar keinen Bock habe auf Black Ops 4. Kurz mal zu dem Punkt, Black Ops 4, Idee geil, Umsetzung scheiße, Boots on the Ground ist ganz geil, die scheiße einfach nur diese Abfuck-Specialist-Kacke. Specialist in MW3, äh, MW3, in BO3 haben wir schon krass abgefuckt, IW noch mehr, dann gab es ja in World War 2 gab es ja gar keine Specialists und im BO4 haben die einfach komplett auf die Spitze getrieben mit dieser scheiß Fernleckladung, die mir so auf den Sack geht und ich gefühlt, ich spawne und bin schon von dieser Fernleckladung komplett gestunt. Dann dieser EMP, der noch reingekommen ist und deshalb Black Ops 4 vielleicht irgendwann mal ruhig das nochmal an, aber jetzt zur Zeit zocke ich nur noch MWR, hab ich da übelst Bock drauf, die Lobbys gehen eigentlich auch voll fit, meine PS3 hat sich leider den Geist aufgegeben, seit Netzteils irgendwie überhitzt, ähm, ja sonst bleibt halt nur noch WW2 übrig und, äh, BO3. Also dann zocke ich lieber MWR, ähm, suchen wir mal erstmal, ja suchen wir eine Runde Herrschaft direkt, komm, ich hab mich grad schon ein, zwei Runden warm gespielt, vakant, ganz nice, und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Mann ey. So, Drohne. Okay, nice, Heliwood gegeiert. Okay. Airstrike, zack, komm, geh rein bitte. Bitte geh ordentlich rein. Ach, nee. Komm, eins vor Heli, eins vor Heli. Ey, Mann, jetzt machen wir Platz hier. Ach, Mann, ich seh keine Gegner. Okay, Heli haben wir. Nice, Heli haben wir. Jetzt erstmal hier in Sicherheit kommen irgendwie. Okay, acht. Neun. Zehn. Nice. Elf. Komm, AK, uh. Ey, nein, nein, fuck. Oh, Mann. Ne, nicht mit mir, nicht mit mir. Du fixst mich jetzt nicht. Okay, nice, nice, nice. Nein, 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 nein. Jetzt kannst du bitte dein Heli weghaben. Ich möchte auch mein Heli raushauen. Wäre mies korrekt von dir. Komm. Ich, ich, ich presse mein... Ja, okay, nice. Nice, nice, nice. Nice, nice. Drohne raus. Geil, geil, geil. Uh, Luftschlag wieder. Nice, gleich wieder ein Heli. Okay, die Runde läuft jetzt. Alter, die Runde läuft. Die Runde rennt schon fast. Nice. Ist aber fast zu Ende. Na, Side-on nicht. Nein. Schade, kein Side-on. Och, Mann. Ah, mein Heli hat den trotzdem noch geholt. Ich weiß nicht, was das für eine Abschlussserie jetzt war. Einfach wird gesichert, da müssen wir den Ball C verdienen oder nicht. Okay, einen haben wir noch geholt. Uh, ja, Runde zu Ende. Schade. Hängen wir auf jeden Fall noch eine Runde dran. Aber jetzt ein bisschen kurz. Ey, spring doch rüber, Mann. Okay, Drohne haben wir. Okay, Drohne haben wir. Was hat er für eine Waffe? Yo, Digger. Wahrscheinlich. Gefett fingert. Oh, nee. Die Waffe ist auch heftig, ey. Okay, nice. Huch. Okay, Luftschlag. Jetzt gehen wir durch. Auf C. Hoffnung, was er reingeht. Ja, nice, Digger. Haben wir es doch. Müssen noch jetzt andere... Huch. Wo kam er denn her? Ja. Ja. Mann, ey. Dieses Time-Pech. Das ist ja alles anders. Vom anderen Stern. Er weiß natürlich auch schon. Ja, jetzt haben wir die Scheißseite. Jetzt werden wir nur getrappt. Atletico-Fan ist natürlich wieder der beste Spieler der Welt. Oh mein Gott, wurde er jetzt gebankt. Woher bitte wieder? Woher bitte wieder? Untertitelung des ZDF, 2020 Wahrscheinlich rät dich nichts mehr, oder? Okay, Last Kill noch gemacht. Was ist das jetzt auch endgültig, ey? Keine Nerven mehr. Alter Schwede. Darf ich sagen, bewertet das Video, kommentiert es, abonniert, wenn es noch nicht gemacht hat. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.